UNTERTITELUNG Scheiße! Mein Bruder wird mich umbringen. Ich brauche einen Mann für meine Beerdigung. Die Mann? Haben Sie vielleicht ein Rezept dabei? Dann guck ich mal nach, ob ich das da hab. Bist du die Laura? Und du bist... Sami. Also, zwischen diesem Bild und deinem Gesicht, da liegen, ich nenn's immer Unterschiede. Was soll das, hä? Was bekomm ich eigentlich dafür, wenn ich so eine ganze Oma streichel? Sind sie Türke? Ja. Da klingel die Kasse. Wow! Ich meine, alle denken, dass türkische Männer keine Ahnung von Babys haben. Ich meine, das ist doch scheiße, ey. Wenn eine Ahnung hat, dann wir. Was ist denn das für ein Baby? Hat Anna sich andrehen lassen. Hier, nimm du mal. Hast du Hungi? Oder Dursti? Jetzt weiß ich, warum sie nicht einschnebt. Sie vermisst ihre Mutter. Anna hat aber nicht so riesenbäbische Mann. Vielleicht so ne? Oder so ne? Zwangsräumung. Welche Kohle bis morgen Abend nicht haben? Und sitzen wir auf der Straße? Hey! Hey! Ich höre da nen Babywein. Oder ist das ihr Bruder? Hallo? Ich komm von Frankfurt Dream Boys. Was für ne krasse Scheiße willst du verdrinken? Bring mir ein Bier, Schlampe. Anna, ich... Du hast überhaupt nichts dazu gelernt, oder? Na? Du fette Stück Scheiße. Wisst du eigentlich, dass da Kaffee und Alkohol drin ist? Und das bisschen Alkohol hat noch niemandem geschadet. Komm Bruder, gib ihn. Wie macht der Schwarz? Und jetzt lass mir dein Gefieder da anständig bauen wir da unten. Komm! Ich fick dich Krankenhaus, du Hohensohn. Komm! 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 Komm!